So, wir sind jetzt beim Digital Trail in Düsseldorf und sprechen mit Giovanni. Hallo Dagmar. Hallo Gio. Was nimmst du mit von unserem Seminar, von unserem Workstopp? Also ich finde es eine super, super gute Veranstaltung. Digitalisierung in der Augenoptik ist ein großes Thema, wie ich finde. Internetpräsenz, Instagram, Facebook, das ist eine Sache, die ist einfach für mich heutzutage nicht mehr wegzudenken. Jeder aus meiner Sicht muss seinen Laden präsentieren können oder auch dürfen. Gerade in sozialen Netzwerken ist es ein großes Thema für mich. Und die beiden Redner, die wir heute hatten und gestern auch hatten, meine zwei Tage jetzt hier, waren überragend. Also es war sehr, sehr positiv und ich freue mich, danke für die Einladung. Und du hast auch tatsächlich handfeste Tipps, die du morgen umsetzen kannst. Ja, ein paar Sachen sind mir gesagt worden, die wir ändern müssen. Teilweise ist die Internetseite noch nicht so ganz super tipptopp. Ich habe zum Beispiel breidorf.com und da muss man besser auf DE zum Beispiel gehen. Und da müssen wir noch einige Sachen ändern. Teilweise Sachen, die man schnell ändern kann und teilweise Sachen, die wir halt extrem noch aufbauen müssen und wirklich ändern müssen. Prima, vielen herzlichen Dank. Gerne. Schön, dass du dabei warst. Danke. Danke.